unter 17 match between the teams of lichtenstein and gibraltar thank you for coming to watch this match we wish both teams the best of luck kommen wir mit zu den beiden mannschaftsaufstellungen unsere gäste aus gibraltar beginnen im tor mit der nummer 13 ethan bonfant die feldspieler mit der nummer drei kevin buckley die vier der evan garo die nummer fünf kapitän owen fortunato die nummer 8 max bautista 9 anthony abelano 10 jamie rocker 12 victor behring die nummer 15 bio montovio nummer 16 dem fortuna und die nummer siebten nolen gettano trennen unsere gäste jansen moreno die lichtensteiner u17-auswahl beginnt in folgender aufstellung im tor mit nummer eins lukas heb die feldspieler mit nummer drei jonas berlin die nummer fünf kapitän noel nick die nummer 6 alessio pecoraro nummer 7 luka rosenke 8 benjamin konzett nummer 9 alessandro lorusto nummer 10 mischa schulz nummer 11 jason beck über vierten matthew ritter und die nummer 20 lewin lamper trainer unserer mannschaft dita alge über grüßen auch das heutige schiedsrichter team das wird angeführt von herrn peter ljanic er wird assistiert an den linien von den herren fabian weber und lang und der vierte offizielle arven muratti so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Die Nationalhymne von Lichtenstein, der National Anthem auf Lichtenstein. Jetzt gibt es den Einstieg und die Platzwahl und dann wünschen wir Ihnen die kommenden 90 Nachwuchsländerspielminuten gute Unterhaltung, viele Tore und ein hoffentlich hochklassiges Spiel. Viel Spaß. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. 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 ... 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